Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ich habe gestern oder die letzten Tage irgendwann mal zugeschaut. Das würde uns sehr freuen. Nicht nur Toka? Nee. Nee, nee, ich hasse meine Zuschauer. Nee, geht weg. Nein, hat dir alles nur Spaß. Bitte? Was? Bitte? Ich habe nichts gesagt. Habe ich irgendwas gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich mache mal Wasser auf den Planter. Genau, mache ich mal Wasser. Damit der schneller rostet. Du bist ein Idiot. Servo, servo, servo. Ging so. Hör auf damit. Ey, du machst die ganzen Fackeln weg, du Idiot. Du kannst jetzt wieder aufstellen. Stimmt. Ach, ich glaube, das überlasse ich dir. Okay, warte, ich habe schon ein paar keine Angst. Keine Angst, keine Angst. Ich mache es heute. Alles gut. So. 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 Was ist jetzt richtig rum? Ja. Hier noch ein dunkler Fleck. So. 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 Du darfst mich zu verarschen, du Arsch, ich bin wie in den Arschkorn. Nein, eigentlich bin ich ein ganzes Lieber. Ja, ja, eigentlich, wenn du schläfst. Jetzt hat er mich erstellt. Ach, ich bin ja auch grenzdebil. Ja, bist du. Oh man, ich brauch doch erst ein Update für den Harvester und den Planter, bevor das richtig funktioniert. Welches war denn gleich noch ein sehr gutes? 4, 4, 6, 6. Diamant ist gut. Ich muss mal grad zählen. Ja, Diamant ist gut, ja. 196, 12, 13, 14, 1 Arsch, 2 Ärsche, 3 Ärsche, 4 Ärsche. Ne, der vergrößert den Radius um 7. Also muss ich erst mal gucken, wie groß der Radius jetzt gerade ist. Ja. Das klingt. Also jetzt ist er da. 1, 2, 3. Das ist alles keine Hexerei. 4, 5, 6. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Silver. Eini zum Silver. Silver. Da ist doch ein schönes Plätzchen. Zack. Ähm. Um vom Pulver zum Autonom die Sachen zu schleusen. Äh. Braust, glaub ich, nen Servo. Servo. Ist ja ein Rubber-Train schon fertig. Zack. Zack. Du sag mal, Rubber haben wir nicht mehr, ne? Rubber? 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 Ne? Braucht man gar nicht. Ähm. Was ist das mit diesem Sacred Rubber-Train? Ne. Braust nicht. Upsala. Was mach ich denn da? Nicht so schnell schreiben. Hab gerade geguckt. Ähm. Einfach an das orange Eck vom Pulverizer Item duckt dran. Okay, der ist Cobblestone am produzieren. Dann brauen Pulverizer. Zack. Ah ja, was würden wir nur ohne Nut in der Weidens machen? Elendig krepieren. Ich glaub's auch. Ähm. Ich glaub man kann Rubber-Trees nur manuell pflanzen. Boah. Nein. Doch. Wenn sie von dem Planter, also ich nehm es an, ne? Weil wenn sie von dem Planter gepflanzt werden, dann sind es auf einmal Sacred Rubber-Trees. Ja, ist normal. Und dann wachsen sie bald. Geh mal kurz rüber zu mir an, ne? Ich hab grad so lange gegossen und da passierte nichts. Und jetzt gieße ich hier zwei Sekunden und er ist da. Ja, ist doch cool. Ah, kann ja auch laufen. Ich glaub das geht nicht mit dem Harvester. Was ich natürlich auch schade finde. Und auf dem Singleplayer hat's funktioniert, ich versteh's auch nicht, hä? Hm. Und da war nicht ich Sacred. Das war nicht ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Wie du und ich? Hm, okay wie ich. Wat? Wat? Geh mal grad rüber zu denen gucken, ne? Du gehst? Du fliegst oder? Ja, ich... Die, die... Sowas in der Richtung halt. Halbhalb. Pass mal auf, die halt... Wenn du da angeflogen kommst. Nicht, dass sie dich für ne Gottheit halten, ne? Bist du ein Idiot? Dass sie dich noch anbeten oder so. Das ist das... Da würde ich echt das Kotzen kriegen, nur. Ja, du machst das ja nicht. Ne, ich hab keinen Bock auf... Muss mir halt jemand anders suchen. Das ist... Ich hab genug zu tun mit meiner Baumfarm hier. Das ist... Ist schon Arbeit hier. Letzte Folge hab ich überhaupt nicht geredet, weil ich so konzentriert auf die Sache war. Ja. Ups, jetzt war ich ein bisschen unkonzentriert. Jetzt hab ich den Baum stehen lassen. Huch. Ah, okay, da ist das Problem. Man braucht gar keine Axt. Ich hab ne Gießkanne. Ah, was haben sie denn da? Okay, sie haben alles auf orange. Dann... Hm, sieht gut aus. Zuerst einmal brauche ich Platz im Inventar. Oh, ich muss den... Ah, ich hab den Sludge Boiler. Mach ich gleich. Ne, mach ich gleich. Raus zum Konfigurierenden... Christian Tammer. Heißt das Ding so? Ja. Hm. Die Erklärung bitte. Hab nur das Pipe auf rot umgestellt. Äh... Das heißt... Mh... Ja. In... 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 Input. So. Ah, fuck. Jetzt hab ich natürlich kein Schild dabei. Kann ich hier nicht irgendwo in einem Volk werden? Ich doch da oben. Ne, ist gar keiner. Verdammt. So. Sechs davon. So, und dann nur noch... nur noch Plastik. Mhm. 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 Oh, ich hab einen Pfeil hier gefunden. Schnell weggegeben. In deinem... Nein, nicht in meinem Arsch. Achso. Ich kann dafür sorgen, dass du einen Pfeil in deinem Arsch finden kannst. Okay. Wo bist du? Da bin ich auch mal gespannt. Ja, warte, ich schaffe den Schuss. Ich weiß so ungefähr, wo du dich aufhältst. Warte. Mutzi 2.0. Da müsste die Insel sein. Sag mir gleich mal Bescheid, ob der Pfeil... Ich habe noch keine Pfeile mehr. Ja, aber das tut mir leid, dann kann ich ja jetzt meinen Skill nicht unter Beweis stellen. Das ist natürlich doof. Ich habe gerade auf den Autonomous Activator draufgeschrieben. Mutzi 2.0. Okay, mal gucken, was sie dazu sagt. Ja, sie steht daneben und guckt drauf. Ja, mal gucken, was sie nachher dazu sagt, meine ich. Ah ja. Ich habe doch jetzt alles da... Nein, habe ich nicht. Ich muss ja meinen Plastik noch abholen. Was ist das eigentlich? Stack Upgrade, extra Utilities, ja, ha? ja dann passt halt mehr rein wie sie fullstack upgrade inventory entdeckt mit transferen uns will viel sehr buffers wie sie es many items die quiz et is can add it can handle wo man ist noch grün dann geht es glaube ich schneller ich bin ja allein auf der insel cool ich kann endlich mal scheiße bauen ach quatsch da ist der crafting table jetzt hat überlegen da so ja klar jetzt der zugang zu meinem planter versperrt scheiß bäume was hast du getan was hast du gemacht was ist passiert der so ja freundlich wie immer erkläre ich denen schon das ganze spiel da so alles klar das ist die baumproduktion saft haben sie auch so ich bin wieder am weg zurück schön ich habe dich schon ein bisschen vermisst ja komm genau ich mache noch einen redstone furnace der macht nämlich jetzt aus dem holz was in den steam dynamo gehen soll erst zur holzkohle damit wir noch mehr davon haben ja das wollte ich dir das letzte mal schon vorschlagen aber ich habe gedacht darauf kommen ja ja cool von hier an der brücke aussieht unser also der keller sieht aus wie ein kino jetzt nicht mehr die 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 nicht so böse redstone reception machine frame machine frame haben wir wohl nicht mehr oder ach in redstone reception coil kannst du mir einen mitmachen ok brauche ich auch einen den kann ich ganz schnell machen das ist ja auch nicht hoch kompliziert aber ich mache gleich vier die braucht man immer ja genau total die haben wir schon ungefähr seit 100.000 folgen nicht mehr gebraucht aber die brauchen wir immer ja wenn man mal wenn man mal neuen redstone furnace oder iglesias extruder oder so machen oder ein pneumatic servo macht dann braucht man den eh nein brauchen wir nicht nicht für was braucht man denn dann warum liegt hier ein stick rum und warum hast du eine maske auf hm man weiß es nicht jetzt muss ich mal hier echt gucken wie dieses round robbing zeug funktioniert dance vakuum kann ich hier gar nicht machen warum nicht hm also darf warum kann ich denn das das konnte ich eben bei denen drüben machen quatsch geht das nur an output ah das geht nur an output chests ok mal gucken was sich da jetzt verändert zack und zack ich habe immerweise items eingesammelt die ich gar nicht wollte lässt du das gold in dem crafting table drin ähm wo drin ja im im drin den crafting table achso von dir war das ja ja kann ich machen das das geschäft ist kein idu dankeschön 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 ich muss mich schon noch ein bisschen hallo hallo ich mach mir noch ein bisschen klas hallo 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 ich verbrauche ich 4 8 reicht ja schon äh dann brauche ich noch glas ja klas bin ich gerade am schmelzen ich hab nämlich selber auch nur noch zwei stück du brauchst wahrscheinlich auch 4 oder für einen machine frame ähm ja ja kannst du mir auch direkt eins mitmachen ähm ja ähm wo ist er wo ist die treppe ich hab nämlich noch glas hier ok ich hab jetzt 25 glaube ich in die in die mache gegeben das ist gut das ist gut ich hab hier 19 ach da habe ich noch die oak saplings gelagert sehr gut doch kann man stack'n alles klar nimm 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 nAPP nimm nimm nenn maintenant 비� Smack zack 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 zack. xiv zack. xiv zack so 약 1 2 x1 2 x 2 x2 so ein machine frame ist hier drin, wenn du eins brauchst. Hast du die Reception-Coils schon gemacht? Ja. Magst du mir eins geben? Natürlich. Dein Machine Frame ist nämlich schon in der Workbench. Okay. Und wenn du hier Alu-Block rausholst, gieß direkt einen neuen ein, dann müssen wir nicht warten. Stimmt. Okay? Okay. Du-du-du. Wie frech jetzt, antworten sie gar nicht mehr. So, treffen wir uns zur Übergabe. Ich hab nichts zur Übergabe. Ich hab doch gesagt, das Ding ist in der Workbench. Alles klar. Merci. Da ist es. Der Rede wert. Danke schön. Danke schön. Warte mal, was wollte ich jetzt einen Redstone für uns? Ich brauch Breaks. Breaks, wo krieg ich Breaks her? Haben wir noch Breaks? Hol dir doch einfach Clay unten aus dem Kopf. Ich hab keine Lust. Ja, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Dann lass es sein. Ich geh ja schon, ich bin auf dem Weg. Pernis. Pernis. Pernis? Nein. Sollte... Flint, Flint, Flint. Ah, Flint. Eins, zwei. Jetzt brauch ich noch zwei Koppa und dann hab ich alles. Sehr gut. ich brauche auch ein bisschen kaputt da ist noch genug drin dann brauche ich jetzt noch das mache ich denn da so was brauche ich denn noch was ich war nicht mal so zu erinnern sonst bin ich da muss blau okay ich habe noch ein kurs ja gut werde ich gleich ans system anschließen so 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 man muss noch irgendwo energie rein bräuchts energy sie kommen und rülp es ist ja sein es ist ja gar kein leben verdammt muss ja noch mal unter die zeit nicht so böse wieso sind böse ja weil die gesagt hat ab das war gemein wir haben nur fünf clay das ist ganz schön scheiße das ist richtig scheiße wo krieg ich denn jetzt ach ja ich muss dann zu hauen und leben produzieren ich muss echt wieder leben produzieren aber nicht so viel redstone energy conduit dafür brauchte ich doch nie kein lied mehr ach hör auf dann sing doch eins dann haben wir wieder was dann laufen uns nur die zuschauer weg ich glaube dann haben wir keine mehr kann gut sein ach herrje was will ich damit polo weiß glied ohr habe ich hier was haben wir denn noch an anliegen die glied 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 hast du gerade glied gesagt nein okay aber das hättest du wahrscheinlich gerne ich frage mich gerade ob fünfzehn um leben reichen aber das kommt dahin lied uhr brauche ich klein ja ich weiß wo ich sowas habe da habe ich sowas wenn das dann noch steht habe ich das stehen lassen ja es steht dann noch voll praktisch hier kann ich leben produzieren so eine scheiße dafür habe ich noch kein better barrel ich hänge schon wieder an dieser kiste kisten sind hier irgendwie in der grinsge ist sehr bug anfällig mein set ja ich muss gerade tierisch trinkt pw du hast nicht zufällig noch energy konverts oder sowas doch jede menge kommen ja die verbinden sich gar nicht mit denen weg das ist ja kacke und wo hier wo bist du hier wo dann sagst du mir halt nicht ich bin hinterm merkes zack zack beitem zuck brauche ich auch noch ein schimpft und du sagst mal wie viele minuten haben sie noch Prozent wir haben noch drei Minuten ein Minutes das schaffe ich nicht doch Doppel Pussy Näh ich muss aber Pipi Näh Näh ich kann mich nicht mehr konzentrieren Konzentrier dich Ja aber das Problem ist ich arbeite hier mit Wasser Hör auf damit Nein ich muss Gib mir nur mal die Energy Contrails Wo bist du denn vor Meckes Warte ich komm zu dir ich muss ein bisschen abhängen Wir treffen uns in Meckes Ja Hallo Es ist wie so eine Drogenübergabe Bin da Bei Meckes Ich hab zu viel Breaking Bad gesehen Äh Ja Wofür brauchst du so viele Äh ich hab die abgebaut vom alten System Aber die brauch ich noch wieder um den Sludge Boiler zu befeuern Ja Du kriegst aber nicht mehr alle wieder zwei Stück brauche ich Ja das funktioniert ja alles auch ohne Sludge Boiler Aber Aber sonst Sonst packst du in eine der Kisten in der Nähe unterm Harvester da Ich kann mich nicht mehr konzentrieren Ja ganz ruhig Brauner Ich muss erst mal gucken ob das hier funktioniert Und ich arbeite schon wieder mit Wasser Und macht Spaß Nee Das drückt Nee Das drückt Das muss drücken Das gibt Überdruck Nee Boah Boah Noch 6 Dust Ach komm scheiße Unser 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 Autonomes Gedöns Scheint Jetzt Autonom zu sein Ja also komplett Guck mal gerade von oben Ob da irgendwas Ja da wird irgendwas gesiebt Sehr gut Ähm ja dann würde ich sagen Kannst du mal die Abmord machen Echt Sind wir schon bei 3 Minuten um jetzt hier wieder Seit dem letzten Gespräch Äh 2 2 Minuten 2 Minuten 2 Minuten Äh stopp bleib stehen Bleib stehen Du kriegst noch die Energy Con jetzt Ja Müssten 18 Stück sein Wenn ich mich nicht erzielt habe Zack Du hast mir 10 gegeben Freund Was 10 Und jetzt 8 zurückbekommen Mach die Abmord Ja ich hab jetzt 18 Können wir wieder nichts mehr sagen Ich mach die Abmord Während ich auf deinen Kopf hau Äh ja Vielen Dank fürs Zuschauen Ich sammle mal Okay Ich auch Übrigens ist runtergefallen Das war nicht mein Plan Jaja Dein Kopf ist runtergefallen Tut mir leid Ähm Vielen Dank fürs Zuschauen Komm Ich hoffe Ihr hört uns morgen wieder Tu es Nein Tu es Ich hab's schon wieder vergessen Das ist ein Jetpack Gut Schaut auch morgen wieder Daumen hoch und so Und liken und abonnieren Hab ich schon liken gesagt Ja Mach's gut Reingehauen Ciao